Bang, bang, es geht, es geht, Nigel. So, Attacke. Machen wir es nochmal hier. Ich freue mich schon darauf. Ne, echt? Oh Gott. Ah, kennt ihr das, wenn ihr so ein bisschen ein Kopfgefühl gerade habt, als würdet ihr leicht schweben? Ich hab's gerade. Da, damit ihr es auch nochmal gesehen habt, man kann nicht drauf spinjumpen. Ja. Das wollte ich zeigen. Ich bin nicht versehentlich dahingesprungen. Tja, und glaubt ihr mir es wieder? Nö. Natürlich glaubt ihr mir das nicht, aber ich bin gerade gut drauf. Oh Leute, ich hab morgen so eine fiese Klausur vor mir. Ich will am liebsten... Ah, ach ja, das hab ich vergessen. Ja, stimmt. Stimmt, da gab's ja noch was. Das ist ja jetzt hier nicht nur so zum Spaß, ne? Das ist ernst hier. Okay, wie war das hier, ne? So. Dann hier das abwarten. Ja. Das war etwas zu weit. Tja, dann machen wir's halt nochmal. Stellt euch mal vor, ich müsste bei jedem mal hier das ganze Level normal machen. Na mein, ne. Es ist ja... Da leidet ja das Let's Play drunter. Das ist immer so meine Ausrede dann, ne? Ja, Maddy muss es nicht können, ist egal. Das Let's Play leidet. Und ich leider auch. Die, 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 die. Guten Morgen, guter Freund. Ich bin de Maddy. Digit. So machen wir's. Ach. Ich hab so Angst vor morgens. Ihr glaubt es nicht. Hallo. Das geht aber schon besser als letztes Mal Und ab hier ist neu Oh, das ist frech Aber ich hatte es mir schon irgendwie gedacht Da man sehen konnte, wie es da oben weitergeht So Das ist Das ist nicht in Ordnung Veto Das ist auch so eine blöde Stelle hier wieder, ne? Ich könnte ja theoretisch hier bleiben Aber Da habe ich ein Problem mit diesen Belgischen Waffeln hier Belgische Waffels Pommescrock, Lidl Bämis So, lass mich jetzt mal hier durch Ne, ich muss links bleiben Ja, das ist alles schon etwas Das Panikmache hier, ne? Bäm, 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 bäm Und jetzt natürlich ohne irgendwas Ja, guten Morgen Ich bin wieder wach Wach? Hallo? Was seid ihr denn für Jungs? Seid ihr die vier von der Tankstelle oder was? Tot Häh? Habe ich jetzt Einen davon habe ich Ne, habe ich nicht Ihr seid aber irgendwie lustig Okay Ja, jetzt Ich verstehe es Ich verstehe es Ich weiß, wie es läuft Wenn die Hitbox mal was wäre Oh, ihr seid Ihr seid die Dortons hier Das sind die Dortons Nummer drei Irgendwie ist das lustig Was wir hier machen Äh Die ist echt lustig Ich mag die Jungs Die sind gut Oh, ja Wäre gut, wenn es nicht so Alle Kastenbosse bei Super Mario World, ne? Die haben alle irgendwie ein Problem Hä? Okay Der Gringo hier Ich habe keine Ja, ich weiß Zeit, ne? Okay Reicht das? Um dich zu überzeugen, dass ich ein guter Typ bin? Ich habe noch 77 Sekunden für euch beiden Für euch drei Ist das alles so gewollt, wie ich das mache? Leute, das ist doch Von der Zeit her passt das doch niemals Nee Okay, jetzt habe ich nur noch zwei von denen Ähm Ja, wir können uns ja gerne mal darüber unterhalten Was das jetzt für unser weiteres Leben heißt Ja Die Boys sind aber auch ein bisschen verbuggt Ich meine, die sind ja lustig, ne? Ich mag die irgendwie Wenn ich mehr Zeit hätte dafür Äh Okay Jetzt Ah, man kann auch nur einen dabei treffen Ich muss lernen, wie das geht hier Waren Ja, komm Bewegt euch mal ein bisschen schneller hier Ne, das wird nichts Na, ich glaube, ich muss den ganzen Level nochmal machen Äh, das ist schon ein bisschen doof Das ist ausgerechnet Ich meine, das ist ja ein Level ohne Ne, ich bin tot Das ist ja ein Level ohne, äh, Midwaypoint Und dieser Level ist ultra lang Äh Ja, da bleibt mir wohl nichts anderes übrig Als das jetzt Speedrun mäßig zu machen Und hier starten wir wieder Ne, ist jetzt schon falsch Ne, ich, da kann es jetzt schon vergessen eigentlich Oh mein Gott Oh mein Gott Es sind aber auch überall Passagen hier Wo man warten muss, ne? Und dann noch so ein Sidescroller da Irgendwann später Okay Na, das muss jetzt laufen Ne Ich darf nicht warten Das ist, das ist Schwachsinn hier Das ist Unmenschlicher Schwachsinn Vor allem da oben war doch eine Röhre Wieso kann ich nicht einfach einen Midwaypointer haben? Ne, kann ich da noch weiter als so? Ja, ich könnte theoretisch da hin Ah, ne Ich glaube, es ist knapp Dann warten wir halt hier Hält den Druck ab Tio Ne Alles easy So, dann wollen wir hier mal direkt weiter Ne, das brauche ich nicht Direkt Attacke geben Das schaffe ich auch noch So Jo, geht doch cool Geht cool Ich weiß gar nicht, was ihr habt Jungs Jungen aus dem Haus Geht zum Kühlschrank ohne Glas Schmüllschwinde durch das Jetzt reicht es mir aber wohl So Hier lassen wir uns direkt fahren Warten Nicht Nicht warten Sondern einfach gleich loslegen Ah, das ist Das ist das erste Mal, dass mir ein Level hier überhaupt nicht gefällt Ich meine, es wäre ja geil, wenn es Nicht an der Zeit gehadert hätte Gehapert hätte Aber ich finde die Musik total stimmig dazu Weil es ja im Endeffekt ein Level ist, wo man wirklich die ganze Zeit warten muss Ne Und dafür ist die Musik halt sehr gut Danki Gang Ich geh mal rechts lang Vielleicht haben wir ja hier ein Midway Point Glaub ich zwar nicht, aber Hab ich wieder gut gemacht Ne Der sieht Genauso aus wie Jeder andere auch Na toll Ne Das sieht alles so einfach aus hier, ne Ja Ich erwische mich auch manchmal dabei Zu denken Oh Gott Was macht der Herr Baron denn da Das ist doch alles vollkommen easy Dennoch Und da muss ich euch leider enttäuschen Ist es das nicht? Okay Uns bleiben 350 Sekunden für Autoscroller und Endgegner Das heißt Sekunden In Anführungszeichen Wäre ja schön, wenn es echte Sekunden wären Habt ihr gerade gehört Wie geil diese Shell da im Takt geeiert ist? Das ist gut Ich versuch's nochmal Ja Man muss es reinhören wollen Und dann hört man's auch Oh mein Gott Mann Du hast hier auch kaum Power-Ups, ne Also das ist das erste Level in diesem Hack Der wirklich schwer ist Also so richtig schwer Sieht vielleicht noch nix aus, ne Ist aber was Das war nicht intelligent von mir Ah, das ist noch Da ist es in der In der Mache Okay, dankeschön Ich mag's ja, ne Theoretisch So, hier weiter nach links Es knallt Und wie es knallt Und hier runter Da knallt's nochmal Warum ist das eigentlich da? Was für ein Spiel ist das? Kann Harry Potter eigentlich wirklich Parcel? Ich mein, ich versteh das ja nicht Der sagt ja, der kann die Sprache sprechen Aber der kann's nur artikulieren Kann der da wirklich was sagen, was du ihm machst? Oder sagt er da Äh, so ganz merkwürdige Sachen Wie bei, ähm Ja, weiß ich mich auch nicht hier Ähm, der dritte Jurassic Park Bei dem war das ja genauso Da hat ja auch, ähm Alan Grant Dann Einfach nur Solchen komischen Blödsinn verzapft Da durch sein Raptoren-Sprechrohr Äh Ja, das ist auch doof Den zu treffen Ihr seht ja selber Dass ich ihn Ja, zwar Treffe Aber Ne Bringt ja nix So Diese typischen Super Mario Luigi Super Trap Quest Und Was hast du nicht gesehen, Gegner? Diese Boys Nicht Trap Ihr wisst schon Das für ein Gameboy Advance Und Paper Mario Blödsinn Stuff Superstar Saga Und Ding Äh, okay Ne, da muss ich zweimal Nöp Damit Ist der erste kaputt Ah, das ist Gibt vermutlich auch noch eine bessere Art Die Jungs umzubringen Aber Es dauert halt lange Und man trifft auch nicht immer Das ist das Doofe Au Tot Ja Zwei von vier erledigt Und wir haben noch 150 Sekunden Das ist eine Menge Man weiß auch nicht, wo man draufhauen muss Ich, ne Ich hab kein Problem damit In jedem In jeder Welt Nochmal die normalen SMW-Bosse machen zu müssen Echt nicht Dann passiert Sowas hier Nehme ich nicht Also das sehe ich nicht ein Das sind ja Schlichtweg Bugs Einfach Beziehungsweise Keine Bugs Sondern eher sowas wie Es geht halt nicht besser Du jetzt Und du bist der letzte Ja, das bringt ja jetzt nichts, ne Ich kann ihn ja Theoretisch Einfach so Verhauen Ja, so Jetzt nochmal Tada So, schwierig war das doch nicht, oder? Ne Das war ganz einfach Juhu Ach ja Und jetzt trinke ich erst einen schönen Schluck Wasser Leute, wir haben es geschafft Wir haben es geschafft Macht es gut Bis zum nächsten Mal Tschüss Tschüss